Also Hannes, du bist für mich einfach ein Unikart. Also du begeisterst mich jede Woche auf deine ganz eigene, besondere Art und Weise. Die ist vielleicht ein bisschen weiter entfernt von den anderen Kandidaten, aber das bist du. Ich wollte eigentlich genau das Gegenteil sagen. Ich finde das Wichtigste, hat der Hannes bei Dancing Stars schon verstanden, man muss immer auf die Frauen hören. Da hast du recht. Absolut. Und du immer. Hör nicht auf sie. Sie ist auch nur eine Blondine. Nein, nein, nein. Bolasch. Es sind ja eh so wenige blonde Frauen im Saal. Nein, man muss sie nicht so ernst nehmen. Die setzen sich eh wie man sieht. Der Mambo ist der Weltmeister im Niveau-Limbo. Genau. Aber jetzt mal neben der Bolasch-Geschichte, die machen wir uns dann hinter der Bühne aus. Ich komme auch dran. Nicht nur du. Ist es wirklich so, dass du Bolasch, dass du auch tänzerisch auf deine Art und Weise überzeugst. Ich habe da jetzt gesehen, vierer Schritt, ich habe gesehen, linksdrehung, ich habe teilweise sogar synkopierte Schritte gesehen. Wahnsinn. Keine Ahnung, Katharina, wie haben du das in seinen Luxuskörper reintrainiert hast. Ich habe zwölf Kieler abgenommen. Wow. Jetzt geht es leichter. Du, sie brüllt ihn ja auch während des Kanzels an. Ja, genau. Nein, natürlich ist jetzt im Verhältnis zu den anderen Paaren immer noch tänzerisch Luft nach oben. Aber wir arbeiten alle dran. Und man sieht, du hast diese Woche viel weniger geschlafen und mehr trainiert. Katrin. Ich muss sagen, bei euch zwei fiebert man immer so unglaublich mit. Korrigier mich, Kathi, wenn ich falsch liege, aber die letzten zwei Wochen war die Choreo nicht fehlerfrei bis zum Ende. Und ich habe wirklich mitgefiebert. Erste Länge, yes. Zweite Länge zurück, yes. Dritte Länge, yes. Dann kam die Stelle, wo die Kathi sich in die Posen geschmissen hat. Rechts, links, rauf, runter. Das war nicht dein stolzester Moment. Aber danach hast du dich wieder kurz gesammelt und dann haben sich leider ein paar Fehler eingeschlichen. Aber nichtsdestotrotz war es eine solide Leistung und bis jetzt die beste von euch. Danke. Danke der Jury. Und der Tanz wurde beendet mit dem Hannes Kartnik Signature Move.